Danke schön! Wow, was für ein toller Beitrag! Jeden Dank, riesen Applaus, Monika Donner aus Österreich! Ich werfe mal kurz was ein. Du wirfst was ein? Ich hole was? Ich möchte mich bedanken bei den Kreidezeichnern, die seit heute Morgen hier auf dem Platz stehen und so tolle Zeichnungen hier hinlegen. Bitte zu beachten, das riesengroße Peace-Zeichen in der Mitte des Platzes, auf dem ihr alle sitzt. Und als nächstes haben wir einen musikalischen Beitrag wieder, ein Künstler. Wir kennen hier alle, der steht von Anfang an hier mitten auf der Mahnwache und heizt uns ein. Ich begrüße Verton! Herzlich willkommen Verton! Ich weiß gar nicht, bist du auf der ersten oder zweiten Mahnwache zu mir gekommen? Auf der zweiten Mahnwache stand er auf einmal neben mir. Und ja, seitdem steht er hier und macht Musik und informiert die Leute, voll cool. Ich bin ja voll der Freund, voll der Fan von Plakaten. Deswegen finde ich ja immer schön, wenn so viele Plakate wie möglich da sind. Wenn man aber kein Plakat tragen kann, ihr Lieben, macht man es anders. Was steht hier auf meinem Rücken drauf? Okay, Verton, lies du mal bitte vor. Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein. Das ist mein absoluter Statement, ihr Lieben. So ein T-Shirt sollte man tragen. Objektiv davon könnte man auch mit lieber ein Spinner sein, der von Weltfrieden träumt, als ein bequemes Arschloch, das den Krieg akzeptiert. Wenn du nicht weißt, was hier los ist oder wovon wir reden, mach den Fernseher aus. Hey, das hilft echt immer ungemein. So, das ist einer meiner Lieblinge. Verton, willst du nochmal? Dummein ist nicht wenig Wissen, auch nicht wenig Wissen wollen. Dummein ist Glauben, genug zu wissen. Und der ist echt wichtig. So, und der ist alt und bekannt. Ziviler Ungehorsam wird zur heiligen Pflicht, wenn der Staat den Boden des Rechts verlassen hat, ihr Lieben. Und so schlimm das ist, wir sind wieder soweit. Und hier, zur momentanen Situation, mein Lieblings-Shirt. Kein Mensch ist illegal, okay, nirgendwo auf der Welt. So, Photon, lieben Dank. ...gemessen hat und sowas, weil hier kommen jetzt wirklich gleich 20, 25 Fahrzeuge an. Ich werde Photon auch in seinem Song dann unterbrechen, wenn ihm so sein sollte. Aber jetzt erstmal noch Rock'n'Roll. Okay, dann bringe ich jetzt noch Wir sind das Volk, um die Leute denn hoffentlich hier willkommen heißen zu dürfen. Dann kannst du auch gleich losgehen. Ja, da kommen 20 Fahrzeuge an. Alle bemalen, Betriebswurzungs, ihr Lieben. Ihr kriegt die Kreide in jedem Supermarkt oder in jedem Großhandel. Für eure Dekorationsnummer, wie auch immer. Besorgt euch Kreidestifte. Malt eure Autos voll. Ich sag euch, wenn ich es bin geiler, als die Leute, die an dem Auto stehen bleiben, und das Großleben, was da dran steht, ihr Lieben. Die neue Konvention ist gesteilt, und wir haben das Riesen. Ich denke mal da. Wir sind wunderbar. Wir sind wunderbar. Wir sind wunderbar. Wir sind wunderbar. Wir haben hier die Kreide. Voll in die Kreide. Wir brauchen die Autos und die Bahn. Wir brauchen die Nassenmöglichkeiten. Wir sind aufgeregt, und aufgeregt. Bei jedem müssen wir aufhören. Wir brauchen die Autos mit dem Hauptmusik, die uns richtig sind. Bei dem, wie sie es tun, sind keiner. Das Brot ist super, das sind die Leute, weil die zacktausend an der Weise. Das ist geil, aber auch. Ihr könnt ja von mir aus von mir ein bisschen verfolgen, die sollen nicht applaudieren. Das frakt man so. Ich frag das Wort auf Eure Oma, was das machen muss, die aufhören sind. Ja, mach mal! Danach kommt nämlich Ken FM auf die Bühne und da ist die Offenbarkeit immer so wieder. Also von daher verboten, hoffen wohl! Ja, mach mal! Für die früch dazugekommenden Friedentaktivisten aus ganz Deutschland, herzlich willkommen zu Hause.